Let's play. Ich habe es rausgekriegt. Yeah. Ja, wir geben hier noch ein paar Zuckerrüben ein. Dingsten bumsten hier auf den beiden Feldern. Der Regen hat auch aufgehört. Ist aber schon wieder neuer angesagt, wie ich das da oben so sehe. Nicht schön, aber noch gut. Wir müssen es ja hinnehmen. Nützt ja nix. Wir müssen es nehmen, wie es kommt. Da geht kein Weg dran vorbei. Ja, die Steine habe ich runtergesammelt. Inwieweit das jetzt natürlich klappt hier mit meinem Düngen-Gedönse hier, das will ich noch nicht. Ich habe nix Ahnung. Oh, ist noch unten. Naja, egal. Runde machen nur Quatsch heute. Welpenbahn oder wie das heißt. Hatte ich früher auch mal. Ist aber schon lange hin. Runtergehen. Und an. Das war noch Zeiten, wie ich noch Welpenbahn hatte. Hauauauauauau. Aber schön war es. Muss ich sagen. Wie hat das gefallen? Manche haben anderen wahrscheinlich nicht so. Ich glaube auch meine Eltern waren ein wenig genervt davon. Aber es gehört dazu, ne, zum Erwachsenwerden. Glaube ich. Das sind so Dinge, man muss sich ja einfach mal die Hörner, wie man so schön sagt, die Hörner abstoßen. Ich habe zwar schon mit 22 Jahren geheiratet, aber ich habe meine Jugend, meine Kindheit und meine Jugend genossen. Das kann ich mit, kann ich hundertprozentig sagen. Man hätte noch ein bisschen mehr machen sollen, vielleicht nicht so früh heiraten, im Nachhinein gesehen. Man hätte sich vielleicht noch den einen oder anderen schönen Urlaub gönnen, was dann her bei uns flachgefallen ist. Weil, wegen Kinder. Aber die kam erst zwei Jahre, also das erste kam erst zwei Jahre nach der Hörzeit. Also nicht so, dass man jetzt sagen müsste, oder könnte, selbst schuld, die mussten heiraten. Nö, nö. Nö, nö, das war nicht. Das haben zwar viele vermutet, in der Familie, aber war nicht. Hey, ich weiß noch, meine Eltern haben dann ja mal gefragt, so. Nach einem Jahr, was ist denn nun? Ja, wie, was, was nun? Ja, mit Nachwuchs. Nö, das ist nix. Die waren ja völlig baff. Die haben alle gedacht, wir hätten heiraten müssen. Äh, war nicht. Nee, nee. Aber war trotzdem eine schöne Zeit. Da habe ich es jetzt zweimal Urlaub gewesen in Österreich. Die ersten beiden Jahre, wo wir verheiratet waren. Und aus dem zweiten Urlaub haben wir uns dann unsere Töchter hier mitgebracht. Ja. So ist das. Ach, nicht ausmachen, doof Mann. Absenken wollte ich. Nicht aufmachen. Ausmachen. Aufmachen auch nicht. Äh, so eine kleine Spitze, ja, ist es denn? Man glaubt es ja nicht. Zerspitzentechnik, im wahrsten Sinne des Wortes. So, jetzt haben wir es aber. Jetzt können wir den ausmachen. Zusammenfalken. Zusammenfalken. Und wegbringen. Dann haben wir das auch erledigt. Ich glaub, ich muss den Hunden mal irgendwie so eine GoPro oder was aufsetzen. Damit man aber mitkriegt, was die für Quatsch machen. Ist ja unglaublich. Nur Blödsinn im Kopf, die Bande. Ne, die Webcam kann ich nicht runternehmen. Weil das ist das Kabel zu kurz. Da komm ich nicht mit hin. Das gibt nur, ne. Das gibt dann Chaos. Das ist nicht gut. Ihn bleibt, wo sie ist. So. Der kommt jetzt da hin. Und zack. Wir stellen den auch noch unter den Dach. Dann haben wir den erst mal sortiert. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Wo kann ich übrigens Kalk verkaufen? Hat mir immer noch keiner geschrieben. Warum denn nicht? Ich wollte doch mal wissen, wo ich... Jetzt hab ich da Kalk produziert oder weiß ich wohin da will. Das ist ja auch nicht so schön. Irgendwo ist das dann ja etwas blöde. Das war ja genau. Das war für Zuckerrüben. Dann machen wir Rüben-Schnetzeltes und können da zur Biogasanlage fahren. Meine Fresse. Und da hab ich kalte Finger. Das war Zucker, ne. Futtermischfabrik. Auch schön. Ach gut. Ach ja, genau. Da geht ja nur loses Gedüng ins Kirchen rein. Das war ja mein Problem. Ähm, dann brauche ich... Moment. Muss ich da mal gucken? Das Fermentier-Sino, wenn das hält, dann werde ich hier auch mal beigehen. Und das war so ein bisschen... Ein bisschen hübsch machen hier. Das sieht ja schlimm aus. Äh, 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 äh? Wie keine aktive Produktion. Und, äh, Gras-Silage aktivieren. Man tau, man tau. Ah, das muss man extra aktivieren. Das ist ja nicht zu fassen. So. Der läuft. Dann brauche ich die Gras-Silage. Gras-Silage hab ich. Dann muss ich noch... loses Heu haben und loses Stroh. Ne? Ja. Ja, genau. Oh. Und Silage ballen, wollte ich auch noch machen. Ja, ja. Ja, entschuldigt, wenn ich so mal so rüber gucke, aber... Na, erst mal, wie gesagt, hab ja noch zwei Hunde von meiner Tochter hier mit unten. Die... ...pass ich über Tag auf, quasi. Die machen momentan nur Scheiße. Und mein Alter hier, mein Kuddel, der macht momentan auch so ein bisschen Sorgen. Der wird im April 11. Das ist für so Neufundländer schon ein bestattliches Alter. Irgendwie ist der zur Zeit überhaupt nicht gut drauf. Ja, auch Tiere werden alt, ne? Leider, leider. So, warte mal. Genau. Jetzt gucken wir mal eben... Ne, wir machen das anders. Da gehen wir zurück. Da haben wir noch... Da warte ich aber erst, bis das reif ist. Jetzt gucke ich mal eben. Bodenbeschaffenheit. Ja, muss ich tatsächlich noch mal düngen. Guck mal, den hab ich abge... Ne, Quatsch, da war ich ja. Muss gewalzt werden, was soll man der Quatsch. Ja, ist es jetzt genügend gedüngt oder nicht? Weiß jetzt keiner, ne? 52, 53. Da ist drauf. Ja. Genau. Dann werden wir das nachher wohl auch erst abwernten. Die zwei schon mal. Schon, 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 schon mal. Otto. Alter Racker. Weing, 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 weing. Grrr. He, he, he. Hm. Ja. Hab ich denn überhaupt ne Walze? Wir sausen erst mal und pennen. Damit das hell ist. Ich mag das lieber, wenn's hell ist. Ich hab zwar hier genügend Licht, aber ich mag es einfach lieber, wenn's hell ist. Und wie viel haben wir denn nur da meint. Ach, hier ist ja noch. Ne. Alles gut. Alles ist gut. Wir mögen kein Pfeffermünz. Denn wir sind ein Prinz oder so ähnlich. Na ja, na ja. Schlafen. Schnachy, schnachy. Ja, das war morgens schon mal heller, ne. Kommt das. Ähm. Wie sieht das denn hier mit meinen Hühners aus? Hopp. Da. Hühners. Ach. Produktivität. Geschlechtsreife ist ja alles klar. Hm. Wie sieht da mit Futter aus? Reproduktion 50 Prozent, ja, alles klar. Gesundheit, Nahrung, 8000, ja, okay. Das sollte erst nur drei Tage reichen. Oder so. So, den bringe ich jetzt. Äh. Ne, warte mal. Äh. Ah, falsch. Oder gucken wir mal eben was für, ne. Ich bin wieder völlig, ne. Rubens Technik. Konfigurieren. Katzimp. Klares Glas natürlich. GPS machen wir Hauptfarbe. Ach. So. Mieten. Zurück. Zurück. Müssen wir da hin. Äh. 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 Wo sind wir denn? Da muss ich hin. Zack. Konfigurieren. Hauptweil mal. Aus so. Sssssh. 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 Und mieten. Danke. Sssssh. Zurück. 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 Und. Nee. Nee. Dorn. Dorn. Okay. Rum. 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 Äh. Ist aber sehr schwerfällig der Gerät, wa? Wat? Wat do weh? Ey. Hmm. 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 Das scheint so, ne? Nein, das scheint nicht so. Ich bin ja völlig daneben. War ja klar. Habt ihr eigentlich so ein Gerät mal auf der Straße in Natura gesehen? So ein Rüben-Fuzzi hier? Holla. Ich hab ja früher während meiner normaler Arbeitszeit... Quatsch. Nö. Wie ich noch aktuell im Berufsleben stand. So machen wir das mal. Hab ich ja, bin ich ja viel nach Zuckerfabriken gefahren. Und hab da Schweröl eingeliefert. Und dann kommst du ja auch durch diese ganzen Rüben-Gebiete. Und da hab ich so manches Mal so ein Gerät gesehen. Auch als 3-Achser. Und wenn dir so ein Ding auf der Straße entgegenkommt. Ich meine, die heutigen LKWs sind ja auch schon sehr hoch. Aber das ist doch... Dass sowas entgegenkommt, das ist schon der Hammer. Haben wir was mit 4 Meter? Ne, haben wir nicht. Ach, Quatsch. Haben wir nicht. 4 Meter. Ja. Schenken. Ping, ping, ping. Also so ein Rüben-Ernter, das ist schon Koloss. Das muss man... Da hast du auch als LKW-Fahrer ganz schön Respekt. Wenn dir so ein Apparat entgegenkommt. Oh, jetzt muss ich hier hin. Rüben... Ziehen. Nicht Zia, Rüben-Ziehen. 4 Meter. Katzing. Katzing, Katzing, Katzing. Jupp. Auf geht's. Da hast du da manchmal Fahrer drauf. Die kennen ja auch keine Gnade, ne? Die sagen sich auch, wenn der Fuzziler mit dem LKW kommt, der hat so ne Muffe um sein Auto und der macht schon Platz. Das hab ich auch so ein paar Male erlebt. Und wenn du so in etwas abgelegeneren Gebieten warst, dann haben die jetzt auch fertig gebracht und haben das... Anbaugerät vorne dran gelassen, ne? Das Anbaugerät vorne dran gelassen. Haben die ja nicht abgebaut. Das war dann auch sehr, äh... Sehr witzig. Muss ich sagen. Oh. Bin ich da etwa ins Völk gefahren? Nö, ne? Ah, ist schon... Wie gesagt, das ist schon ein Mordsding. Allerdings hab ich nie den Ropa gesehen. Ich hab immer nur die von Grimmel gesehen. Ja, oder eben die Ropa Maus. Ich weiß ja, die stand auch öfter am Rand. Wenn die dann die LKWs beladen haben. Und dann die... Die Fahrer auf den LKWs. Ich weiß nicht, ob die Natur bezahlt werden. Die haben auch immer Galle gemacht. Aber immer volle Lotte. Und nach dem Motto, wer bremst, verliert, ne? Ja, der könnte ein bisschen... Bisschen besseren Wendekreis haben. Ich hab, äh... Ah! Ich hab damals, äh... Ja, ich hab ja im Mai meine letzte neue Zuchtmaschine bekommen. Und im Februar, davor, hatte ich 14 Tage ein Vorführfahrzeug. Der hatte unter anderem auch eine Hydraulikanlage dran. Also zum Kipper fahren. Und das Auto ist von vorher in einem Zuckerrübenbetrieb gelaufen. Vorwärts sah das Ding aus. Den hätten sie ruhig vorher mal sauber machen können. Da hing ein Schlamm und ein Dreck noch dran. Also im Fahrerhaus selber war das okay. Aber außen sah der ganz schlimm aus. Auch schon hier und da eine kleine Beule in den... Ja... Seitenverkleidung oder so sag ich mal. Ganz top war der nicht mehr. War aber ein schönes Auto. Hätte ich sofort so genommen. Wenn der Chef den so gekauft hätte, hätte ich mich riesig drüber gefreut. Hatte aber nicht. Aber wie gesagt... Da im Zuckerrübenbetrieb... Da müssen die Fahrzeuge ganz schön leiden. Weil die Herrschaften kennen da wirklich keinen Gut und keinen Böe. Kein Freund und kein Feind. Oder wie er das heißt. Da gibt es alle im Ende. Und dann bei der Zuckerrübenbude, wenn es da nicht so klappt, dann stehen sie sich da volle Füße an der Waage oder in der Kippstelle, je nachdem. Weil da kommen ja auch die Landwirte teilweise mit den eigenen Traktoren. Dann kann das schon mal sein, dass wir erwarten müssen. Finde die auch nicht schön. Und das finde ich auch nicht schön. Das ist Quatsch hier. Kommt noch was? Ja, guck mal, die Folge auch schon wieder voll. Dann habe ich ja für Donnerstag auch schon, ne? Wunderbar. Da kann ich mich ja jetzt gleich zur Ruhe ziehen. Jetzt wollen sie erstmal den Ofen fertig machen. Es ist warm wie die Hütte. Der Gerät ist auch gleich schon 30.000 Liter drin. Guckt ihr an, das passt doch wie ein Pot auf Deckel. Den tanken wir eben noch um. Jetztannen wir in die Hütte. So. 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 den habe ich gerade gesagt den tanken wir noch um wenn ich blöde tanken wir ab wollte ich sagen ach ich hab ja den ja gut anders machen ich hab ja den 3-achseanleger verkauft ich wollte da ja ganz anderen drin haben egal es war ja anders geplant ja wenn man nicht an alles denken ich hole den lkw plan ist offen wunderbar ich könnte mir vorstellen meine der passt ja eigentlich hier auf die karte ist eine amerikanische karte aber ich könnte mir vorstellen den nächsten europäischen lkw hinzustellen den weg zu tun mal warten wir mal ab mal gucken was so kommt gut es wird umgeladen macht es gut freunde bis zum nächsten mal tschüss ja genau